Und Playmates sind beim Partyprinz. Ich bin begeistert beim Partyprinz. Partyprinz, wir take over, mal an, bis er repräsentiert vom Södermann, ein Paris for life. So, heute eine Mördershow hier. Wie gefällt Ihnen die Charity? Also es gefällt mir unheimlich gut. Besser als ich dachte. Ich wusste, ich würde viel Spaß haben. Aber das ist alles so perfekt organisiert, auch spaßig und die Leute sind alle nett. Und das funktioniert alles anwandfrei von A bis Z. Also ich bin begeistert und sehr geehrt, dass ich es eingeladen würde. Also wirklich, es ist eine große Ehre. Sie standen heute allein auf der Bühne. Ja. Ist es irgendwie ein Unterschied zu damals mit der Kombo, mit Ihrer ganzen Familie? Ja, also ich bin jetzt mittlerweile solistisch unterwegs, seit zwölf Jahren. Von daher bin ich gewöhnt, einfach alleine da zu stehen. Aber wir machen auch oft Sachen zusammen. Ich kann zusammen oder alleine. Mittlerweile geht das. Ich bin gewöhnt, ja. Mit Goldthiel Fischer haben Sie zusammen einen Song gesungen, habe ich gehört, gelesen. Stimmt das? Ja, also es ist ein Lied, der wurde Nummer eins letztes Jahr auf Englisch. Und wir haben das übersetzt, einen deutschen Text geschrieben, aufgenommen, mit Gotthiel Fischer Chor, auch gesungen. Und ja, es war eine große Sache, weil seine Frau hat den Text mit dem Produzent und ich geschrieben. Es war eine große Kooperation und Sachen. Der hat mindestens zwei Monate gedauert, bis es richtig saß. Aber wir sind alle sehr, sehr zufrieden. Also ich bin besonders sehr zufrieden mit der deutschen Version. Super, Dankeschön. Danke. Sebastian Wurt, Nico Schwanz, seht ihr beim Partyprinz. Partyprinz. Partyprinz, juhu.